hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play von 13 mein name ist mike und ja das hier ist level 14 glaube ich ja level 14 und wir sind jetzt gerade in der wüste sind vorhin aus dem gefängnis ausgebrochen und müssen jetzt anscheinend zu jones also jones hat ein flugzeug versteckt finden sie es und weiter ich habe kein medipack ja und dass sie ganz ganz ich bin jetzt insgesamt schon zweimal gestorben ich hoffe ich brauche unbedingt ein medipack wirklich es gibt nichts was ich dringend da brauche nein nichts weiter suchen da drüben seht ok hier ist hier sind die Leute ich zieh mir nicht wenn ich das Video auf die nein komm du siehst mich nicht nein 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 es ist noch irgendwer Ich könnte trotzdem noch einen Medi-Pack brauchen, habt ihr vielleicht irgendwo eins da? Okay, hör mal zu, ich weiß, du bist tot, aber habt ihr vielleicht irgendwo hier einen Medi-Pack? Okay, ich seh schon, du magst mich nicht besonders, ja, ich hab dich erschossen, okay, aber trotzdem, wow, es ist ziemlich gemein, mich einfach so zu ignorieren, ich sterbe sonst bald, ich habe mich tot, genau wie du, und liegt irgendwo in der Büste, ist kein angenehmer Tod, das weißt du eigentlich am besten. Aber ich glaube, er hat mich auch getroffen ein bisschen, ich hab auf jeden Fall schade bekommen, es reicht schon langsam, wirklich. Mit nem Panzerbeusten reicht das echt schon langsam. Wow, wow, nein, nein, das kann ich nicht. Für was, alter? Wo schau ich das da oben? Okay, das ist hierherkommen. Was hab ich denn? Wow! Fuck yeah! Ha 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 Jo Das Level ist wirklich gesagt gar nicht so leichter Ach komm Alter Wo ist der hin? Ist der gerade gestorben? Versprungen? Von wo Alter? Ja Ich seh ihn gar nicht mehr Ok wie komm ich jetzt da runter? Ich glaub hier oder? Nicht zu weit, was denn Alter? Da kommt man sonst gar nicht runter Was geht denn ab Alter? Oh Scheiße Komm wo Alter? Diese scheiß Wüster hier Alter echt Wow Ja geil Ach verdammt wirklich in jedem Level sterbe ich jetzt Aber nicht von Anfang an kommen Wo bin ich hier? Hey Ich bin sogar weiter glaub ich Ja ich bin wirklich weiter Da oben bin ich gesprungen vorhin Ja und da Ja Nein weiter bin ich nicht aber Ich bin auf der gleichen Stelle Ja Ja Sniper kann ich Gib mir eine Granate Warum Granate? Warum Granate? Kann ich noch wer? Nein Ach komm wenn jetzt irgendwer kommt bin ich Ich bin tot Hab ich keine Chance mehr Hab ich keine Chance mehr Ich hab gar kein Leben mehr Gar nichts mehr Alter Bitte Ich brauch irgendwo ein Leben Vielleicht irgendwo hier Scheiße Ja Wow Gott sei Dank Hier ist gar nicht mehr Ja Hier war wer Okay Noch irgendwer Bruder Hier Wollen wir das sehen Ich hoffe mal Das war's jetzt Nein Ach komm Alter Im Moment sterbe ich wirklich nur mehr Ja ein alter Versuch Na Ach komm nicht hier Alter Ja Okay Ja keine Chance mehr Jetzt sind alle müde Ich verstehe schon Ich kann ihn wirklich verstehen ja Ich bin auch schon ziemlich müde alter Kante ey Jetzt bist du keine Kante ne Digga Oder eher eine tote Kante Jetzt kann man dich als Tischkante verwenden Wenn du bist tot So wie totes Hals Okay Alles okay? Das ist ein Durchgang hinter den Ruin Nein nichts ist okay Alter Der Flieger ist nicht weit Ich bin jetzt schon dreimal gestorben in dem Spiel Insgesamt dreimal Oder viermal sogar schon Geht mir eine Kante Ich könnte auch schon viermal sein Nein du hast mich nicht gesehen Alter Shit Nein Ich glaube hier war er In seiner behinderten Bazooka alter Und jetzt wenn ich oben bin ja Nein 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 Ich ziehe dich sofort Okay gut Da oben Da oben Alles klar Und die Schöpfe Jetzt war es das Weißt du Es sind so viele Gegner hier Fliege Ey Ey da ist mich wirklich grad voll erschrocken Wow Ich sollte jetzt wirklich Ein bisschen mehr aufpassen Alter Ja Scheiße Oh nein 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 Alter Alter Oh Fast wärs wieder ausgebissen Wow Noch mal Glück gehabt Ja ich glaub hier muss es ja hin Endlich. Nein, Alter. Es wäre jetzt wirklich glücklicher, wenn ich jetzt sterbe. Aber 2.97. Ich glaube, jetzt werde ich nicht mehr sterben. Er ist da. Scheißegal. Hey, ich will hier rein, Alter. Kann ich damit fliehen? Oh, Level abgeschlossen, endlich. Jones, endlich. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Monate in einer Konservendose zugebracht. Sowieso. Was hätten Sie von einem kleinen Abstecher nach Mexiko kämpfen? Immer doch mit dir, Alter. Margaritas am Strand. Nein, eher mit Rangern und Red Berets. Schnall dich an, ich schalt auf Überscheid. Romantisch, wirklich. So ein Chat würde ich auch gerne machen. Hier im Spiel oder was so. Das wäre egal. Kim hat den Verdacht, dass er Teil der Verschwörung ist. Erwarte keine Intelligenz, Bestien. Die Leute sind wirklich das Letzte. Bestimmt hat diese blonde Schlampe wieder ihre Hände im Spiel. Ich vertraue dir. Du brettest ihr das Leben und sie nutzt es aus. Ich glaube, es ist wirklich einfersüchtig. Voll ruhig weiter. Einfersüchtig, mein ich ja. Einfersüchtig. 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 Vielen Dank fürs zu Ende sehen von dem Video. Liked das Video, falls es euch gefallen hat. Oder sonst nicht. Eure Entscheidung. Kommentiert, was euch gefallen hat. Was ihr sehen wollt. Und abonniert mich für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal.